hallo und herzlich willkommen hier bei abenteuer brettspiele diesmal mit einem kartenspiel denn von cosmos ist the gang erschienen ein kooperatives pokerspiel was auf jeden fall sehr spannend klingt und ich habe hier freundlicherweise von cosmos ein rezensionsexemplar bekommen möchte mit euch zusammen reinschauen was bei the gang was schon ziemlich cooles schimmerndes box cover hat alles drin ist und wir haben natürlich erstmal die anleitung wir haben auch die möglichkeit über ein video wahrscheinlich oder nie die cosmos erklär app uns dieses spiel erklären zu lassen aber wir schauen mal rein hier in den in die anleitung haben 52 spielkarten normale pokerkarten wir haben tresorkarten alarmkarten challenge karten spezialistenkarten und übersichtskarten für den spielablauf für die spieler und spielerinnen wir haben zudem 24 chips ja cool mal gucken wie interessant die sind aber ich glaube das könnte richtig spannend sein denn mit poker kriegt man eigentlich die meisten nicht spieler die irgendwie schon mal poker gespielt haben dann sieht man hier den aufbau und den spielablauf auch da ist das prinzip quasi ähnlich beim poker wird das pre flop genannt die runde 1 dann die runde zwei kommt der flop raus das heißt die drei karten in der mitte dann runde drei ist der turn das heißt die vierte karte wird in die mitte gelegt und runde vier der river die letzte fünfte karte wird in die mitte gelegt und ja inzwischen durch wird halt immer geboten und eingesetzt ich wie jetzt hier die ziele sind aber wir müssen natürlich irgendwie schaffen bestimmte sachen zu erreichen weil es ein kooperatives spielen hier sieht man noch mal die karten kombination im detail das sind quasi noch mal die ganzen normalen bis zum royal flashy normalen kartenbilder die man auch beim poker hat genau und hier müssen wir halt gemeinsam versuchen aufgaben zu erfüllen es gibt dann noch einen fortgeschrittenen modus und ein profi modus und meisterdieb modus wo dann wahrscheinlich diese zusätzlichen karten reinkommen hier über dieses challenge karten genau aber bestimmte dann thematisch weil es soll ja um einen einbruch gehen die wir spielen gibt es halt hier die challenge karten die entsprechend irgendwelche überwachungskameras netz aus scannen also sachen die man bei bei einem einbruch in den hochsicherheits haus oder gebäude überwinden müsste haben wir spezialisten die wir einsetzen können die wir bekommen und die wir nutzen können um dinge zu verändern ja ich bin sehr gespannt wie sich das genau spielt aber man sieht eigentlich schon nicht viel material dabei aber ein paar schönes wir haben karten die schauen uns gleich an und hier haben wir ja kurz zur seite und dann haben wir hier chips und das sind wirklich richtig gute und hochwertige sich auch wirklich hochwertig anfühlen der poker chips die wir halt hier im spiel einsetzen können um unsere punkte anzuzeigen um dinge die wir bekommen anzuzeigen für die aufgaben die wir erledigen müssen und die karten packe ich jetzt auch mal aus und da haben wir zum einen die normalen poker karten die raus zu holen das macht natürlich den großteil dieses kartendecks im endeffekt aus das sind halt einfach normale poker karten jetzt auch optisch nichts besonderes einfach ein poker deck der karten die anderen karten sind dann aber die spezielleren karten wir haben hier zum beispiel ja weiß ich glaube dass die spezialisten es sind die challenges genau mit diesem grund da sieht man zum beispiel die überwachungskameras oder der fingerabdruckscan direkt nach dem austeilen handkarten jeder von euch erhält eine weitere handkarte ihr spielt also mit drei handkarten ok oder der fingerabdruckscan vor die person mit dem höchstwertigen roten chip beim schultern ihre handkarten aufdeckt alle anderen müssen sich beraten und sich gemeinsam auf einen rang einigen von dem sie glauben dass er der kartenkombination dieser person entspricht falls der tipp falsch ist ist der überfall gescheitert also zusätzliche herausforderung die dann notwendig sind oder blackout zu beginn von runde zwei alle müssen ihren chip auf runde eins abwerfen okay interessant lichtschrank falls in runde zwei beim aufdecken der dritten gemacht der drei gemeinschaftskarten also des flops kein bube dame oder könig aufgedeckt wurde passiert folgendes derjenige mit dem höchsten höchstwertigen chip aus runde eins muss seine handkarten verdeckt auf den ablagerstabbeligen und neue handkarten ziehen also auch eine erschwernis und davon haben wir eigentlich eine ganze reihe von diesen challenge cards dann haben wir die spezialisten und die sind dann so aus rückseite dann haben wir dann insgesamt wahrscheinlich zehn die auch durchnummeriert sind von 1 bis 10 und haben den muskelprotz einer von euch erhält folgende fähigkeit deine kartenkombination schlägt jede kartenkombination des selben ranges okay direkt nach dem austeilen der handkarten nachdem sich alle ihre handkarten angeschaut haben mischt ihr alle handkarten verdeckt und teilt sie anschließend erneut aus okay das hört sich auch nicht gerade nach einer erleichterung an aber gut zahlengenie direkt nach dem austeilen der handkarten jeder von euch teilt allen mit welche summe die werte seiner handkarten haben zwei bis zehn haben die werte zwei bis zehn bube dame könig haben die werte 10 as den wert 11 okay das hätte ich jetzt gesagt dass das normal ist aber gut jack einer von euch nimmt diese karte aus seiner hand anschließend legt er die eine oder andere legt der legt der eine andere handkarte verdeckt auf dem klagenstapel die karte jack zählt wie ein bube ist aber keiner kartenfarbe zugehörig okay das sind dann wahrscheinlich einfach zusätzliche effekte die auch auftreten im spiel dann haben wir hier diese tresor karten würde ich sagen das ist jetzt nichts groß zu sehen als das dann so drauf ist wahrscheinlich auch etwas was wir erreichen müssen und alarmkarten das klingt ja nicht so gut und wir haben hilfekarten und zwar jeweils sechs von der art und von der art aber den spielablauf wie die gang gespielt wird und wir haben natürlich die ränge der kartenkombination wie es auch im poker ist um nachher das zu auszuwerten am ende des spiels also ich muss mal schauen es klingt auf jeden fall sehr spannend und gerade so ich habe ja sehr gute erfahrungen gemacht mit spielen die zum beispiel die poker regeln schon mit nutzen weil viele nicht spieler trotzdem poker kennen also und das irgendwie cool finden dass das in einer anderen spielart mit reinkommt und ich werde mir diese gang auf jeden fall mal anschauen und dann darüber berichten wie mir das spiel gefallen hat und ob es eben auch gut bei denen angekommen ist die zumindest mit poker schon mal was anfangen können das war mein unboxing von the gang abonniert gerne den kanal wenn ich dann darüber berichte wie meine erfahrungen damit waren und schaut mal auf abenteuer-brettspiele.de vorbei meiner website dort gibt es noch mehr infos zu verschiedenen kartenspielen brettspielen neuen und alten spielen toplisten interviews und vieles mehr wie zum beispiel mein podcast das war's für heute und wir sehen uns im nächsten video wieder bis dann